Also im Sinne von, dass ich da jetzt gerade aufgeguckt habe und mal geachtet habe, dass irgendwie da vielleicht ein Vieh ist. Wie ihr seht, die Minima-Karte hilft gar nichts. So. Alles wieder dunkel. Was ist denn das? Brauche ich davon auch so viel? Das findet man ja so dermaßen häufig. So. Schöne Kuselmusik. So. Was habe ich hier jetzt gefunden? Am Bär. Ich habe keine Ahnung, wer Am Bär ist. Auf jeden Fall nehme ich das hier auch mal mit. So. Wo gehen wir weiter? Erstmal sammeln wir das hier. Wir sammeln echt alles ein, was geht. So. Ja, gehen wir erstmal hier weiter. Machen wir hier ein bisschen Licht. Ist auch Fledermäuse zum Glück nicht mehr da. Ah, okay. New Order, mein. Uran. Oh. Okay. Wir haben schon Uran gefunden. Ja, Halleluja. Es geht jetzt schon Richtung Atomkraftwerk, habe ich gehört. Was? Was? Nein. Natürlich nicht. So. Das ist jetzt aber Eisen. Eindeutig Eisen. Richtig. Ja, das ist Eisen. Ja, das ist Eisen. Das ist ganz stinknormales Eisen, wovon ich gerne mehr hätte. So, komm mit. Das scheint auch Eisen zu sein. Sehr schön. Auch wenn nur vier Stück. Ach. So, was bist du? Kannibar? Ich hab keine Ahnung. I don't care. I know it. Was? Bin ich mit Spinnennetz dran? Loll. Na, mach da was eins. Blöde Spinnennetz. Blöde Spinnennetz. Sag ich nur. So. Hätten wir das auch mitgenommen. Ähm. Ja, genau. Sag mal. Jetzt bist du ein Lufer einer. Egal. Hatten wir da nicht noch was zum ausräubern, dann müssen wir sowieso gleich einmal kurz zurück. Dann können wir die ganzen Materialien mal abgeben. Oh. Nächste Gang. Hab ich gehört. Ähm. Na gut. Äh. Du? Möchte ich auch mit haben? Dich möcht' ich auch mit haben? Dich möcht' ich gerne auch mit haben? Dich möcht' ich gerne auch mit haben? Und ich höre Zombies. Viele Zombies. Viele Zombies. So. Dann. Hätten wir das auch. Ich hab' da war nichts mehr, ne? Nö. Nichts mehr. Jetzt komm' ich hier nicht raus. Ah. Halleluja. So. Dann gehen wir mal kurz zurück. Geben mal ein paar Sachen ab. Und. Äh. Ja. wieder raus. Wieso hab' ich jetzt die Schaufel genommen? Wollte ich doch gar nicht. Kurz hier. Zack. Alles mitgenommen. So. Äh. Eisenerz. Kommt mal jetzt da rein. Packen wir mal hier einmal alles rein. Und sehen, dass die Kiste auch schon damit fast gefüllt ist. Was mir doch ein bisschen Angst macht. So. Äh. Ja. Gut. Da kommt jetzt Eisenball raus. Wir müssen eben mal was essen. Wir hatten doch auch Kohle, ne? Ne. Wir hatten keine Kohle gefunden. Uuuuh. Also was uns momentan fehlt ist Kohle. Wo sind denn unsere... Ach, wir haben keine Fackeln mehr. Ne? Wir sollten ganz dringend Fackeln finden. Äh. 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 was war das denn gerade ach das tut weh lol okay so kurz eben hier holz abbauen da haben wir noch die ax nee gut nehmen wir so brauchen zwei stück oder vielleicht auch hier viel besser so so 33 sehr gut das geht das ist doch schon mal zufriedenstellen er ist tot und die fackel auch wir haben immer noch keine rüstung hier geht es ja noch du heilige grenadier vernetzt sich das hier noch richtig tief ist das hier für weißer stein marble kann man damit bauen also ist ja nur zum bauen gut vielleicht war ja mal bei den modpack text auch so so viel ich weiß für nichts zu gebrauchen außer zum bauen wenn ja dann nutze ich den zu bauen auf jeden fall so so hat man das mal eben auch noch weg ist ja noch mehr da oben ist noch eins also wir schon wieder im freien okay na gut wenn man trotzdem von einer seite wieder raus oder auch nicht weil es nicht wirklich geht er habe ich dabei komme ich wieder raus sehr schön so nämlich damit dann nehme ich das schon mal mit und dann mal gucken wir nehmen hier einfach alles mit was geht auch kohle so aber jetzt erst mal zurückgehen erst mal zurückgehen denn hier ist ja noch mehr von wertvollen materialien die wir alle finden müssen naja gefunden sind sie ja im prinzip aber aufsammeln müssen noch ich rede hier so ein unfug aber egal so wir kommen hier glaube ich mit reicher beute raus würde ich jetzt mal behaupten und da wir eine markierung haben wissen wir sogar ungefähr wo es ist das heißt wir finden das wieder und können sogar noch weiter machen das ist doch gar nicht schlecht nachdem wir am anfang so dermaßen gefällt haben ist das hier richtig schön richtige erleichterung so gleich das nächste das kann man nur wieder mit links abbauen hatte sogar dieses mal zwei bei und dritter nur das macht mir so ein bisschen angst eigentlich würde ich sagen aber ich glaube das ist beim minenschächten normal gewesen oder was kommt da ein creeper der explodiert das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen damit aber gut erst mal fackel aufstellen und dann wegrennen merken dass man nicht wegrennen kann weil der creeper den ausgang zerstört hat gott kommt eben mal ganz schnell so fertig weg aber jetzt haben wir hier gar nicht alles da haben wir ja so einigermaßen kohle können wir da auf jeden fall mitnehmen ja ich glaube das wird eine etwas längere höhlen tour das sehe ich jetzt schon aus weiter entfernung so und dann brauchen wir ganz dringend unser lager das ist jetzt schon mal mehr als viel klar was jetzt nicht so toll ist aber gut was sein muss muss sein so dann hier und da und da und da oben so jetzt geht die eine fackel wieder weg ach ja da ist ja noch eine fackel stimmt ja wollte gerade sagen hey also viel dicht ist aber nicht verloren gegangen aber ich hatte ja schon eine fackel auf der anderen seite das ist natürlich sehr gut so fertig fertig was bist du grün alles nur in grün okay frage mich echt was ist denn das serio ich habe keine ahnung wenn ich das wüsste aber ich nehme es einfach mit einfach alles mitnehmen was geht finden schon heraus was es sein soll darstellen soll whatever das war zwar angst der blaue quelle ok der hat uns ja früh gesehen ja soweit ich war ja dann noch eingebaut ok laue quelle will trotzdem weg gehen geh weg na gut bauen wir mal weiter ab bauen wir mal einfach weiter ab lasst uns von niemandem stören hoffe ich mal